Herzlich Willkommen, mein Name ist Sabine Carola Palke. Schön, dass Sie mehr über meinen Roman Spannende Leichtigkeit, Lara und das Abenteuer Leben erfahren möchten. Die Buchbeschreibung finden Sie unter der Hörprobe. Ein ganz lieber Freund von mir, Hans-Jürgen, war so nett und hat mit mir diese Hörprobe gesprochen. Und so wünschen wir Ihnen viel Freude beim Zuhören. Wir erzählen hier von dem Abend, da Lara Johannes kennenlernte. Ich kramel meine Karten hervor und befrage sie zu diesem Thema. Nun, die Gelassenheit verschwindet. Meine Karten teilen mir nämlich gerade mit, dass ich eine Überraschung beim Ausgehen erleben werde, der Liebe am Abend begegnen werde. Na toll, denke ich. Und fange schon an zu überlegen, ob ich nicht besser zu Hause bleiben soll. Der Tag ist lang. Mit mulmigem Gefühl ertappe ich mich dabei, dass ich meine Wohnung aufräume und sogar das Bett frisch beziehe. Ich sage zu mir, Lara, was tust du hier? Was hast du heute noch vor? Die Unruhe wächst. Nun, die Frau Lara gibt sich dann abends besonders viel Mühe, um hübsch auszusehen und entscheidet sich für ein schulterfreies Oberteilchen. Ihre gelockten Haare, leicht im Nacken zusammengehalten, betonen nackte Schultern und Hals. Doch die andere Lara in mir, die es leider auch noch gibt, fängt an, eine Mauer um sich herum aufzubauen. Es besteht ja die Gefahr, einen Mann kennenzulernen. Alles klar, auf in den Kampf. Die Worte sprechen für sich. Fahre los zum Tanzen. Der Abend kann beginnen. Ich stehe mit einer meiner besten Freundinnen, Caroline, an unserem gewohnten Tisch. Eva, eine weitere Freundin, stößt später auch noch zu uns. Drei Singles auf Achse. Ich lausche der Musik, habe aber keine Lust zu tanzen. Unruhe treibt mich dazu, nach draußen zu gehen, um eine Zigarette zu rauchen. Caroline bekleidet mich, was sie sonst nie tut. Da stehen wir und mein Blick fällt auf zwei rauchende Männer, welche am Eingang stehen. Kurz checke ich die beiden ab. Die Ausstrahlung des Älteren gefällt mir. Doch dann befinde ich mich auch schon wieder in meinem Turm. Verschanze mich hinter meinen wohlbekannten Mauern und hänge meinen Gedanken nach. Plötzlich höre ich, wie Caroline laut lacht und ich frage sie erstaunt, was ist los? Ihr Blick zielt auf besagte zwei Männer, welche wohl in typisch männlicher Weise gerade damit beschäftigt waren, zwei vorbeilaufenden Frauen auf den Hintern zu blicken. Caroline schäkert weiter mit den beiden. Ich muss zugeben, sie sehen gut aus, doch ich nörgle. Hey, Caroline, was ist los mit dir heute? Bist du sonst nicht so? Hör auf, mit denen da zu schäkern. Wir müssen gleich an ihnen vorbei. Nun, wie von meinen Worten angestachelt, statt zurückgehalten, lacht sie weiter. Super, grölle ich innerlich, sage aber, ich will wieder rein. Und wir laufen an den zwei Männern vorbei. Innerlich den Kopf schüttelnd über Carolins Verhalten versuche ich, mich nicht beirren zu lassen und schreite so cool als möglich an den beiden vorbei. Kaum drinnen bleibt sie schon wieder hinten an der Bar stehen, fern von unserem vertrauten Tisch und meint lachend, ach, hier ist es richtig schön, hier bleiben wir stehen. Möchte jetzt nicht vorgehen? Ich lausche meinen Gedanken. Mein Gott, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was soll das alles heute? Nichts läuft wie gewohnt. Alles macht Carolin heute anders. Ich will nicht hier hinten stehen bleiben, weil nämlich... In dem Augenblick wird mir klar, wovor ich mich drücken will. Mir wird klar, dass einer dieser zwei Männer, der Mann aus meinen Träumen ist, und bevor ich flüchten kann, kommen beide auch schon mit einem Grinsen bis zu den Ohren auf uns zugelaufen. Der Jüngere stellt sich sofort an meine Seite. Wir kommen miteinander ins Gespräch. Eigentlich ist er gar nicht der Typ Mann, den ich beachten würde, obwohl er super gut und interessant aussieht. Der andere, den finde ich... Hm, wie? Habe keine Chance, darüber nachzudenken. Der Jüngere zieht mich sofort in seinen Bann. Innerhalb kurzer Zeit bekomme ich von Daniel, seinem Freund, und Carolin nicht mehr viel mit. Alle Angst ist wie fortgeblasen. Ich spüre eine Lache in mir, die mir neu und fremd ist, und welche mich an diesem Abend noch in Erstaunen versetzen soll. Alle gemeinsam gehen wir nach vorne zur Tanzfläche, und er und ich reden, reden und reden. Dieser Mann scheint mir so vertraut zu sein, und im Gespräch vergessen wir die Welt um uns. Nun, ich zumindest. Die Musik ist laut, und um miteinander sprechen zu können, müssen wir uns sehr nahe kommen. Ja, die Musik ist sehr laut, und wir sind uns sehr nahe. Das Spiel beginnt, denke ich. So lange habe ich dieses Spiel zwischen Mann und Frau in solch einer Intensität nicht mehr gespielt, und von Minute zu Minute gefällt es mir besser. Etwas in mir erwacht, das ich schon vergessen hatte, und ich lasse mich von dieser Lara einfach führen. Caroline teilte mir im Nachhinein mit, dass ich mich benahm wie eine Katze, die um den Kater strich, und zwischendurch wie eine Tigerin, die faucht. Du gehörst mir. Ja, das stimmte, denn so fühlte ich mich. Er lehnt an der Wand. Ich stehe vor ihm, neige mich zu ihm vor. Plötzlich berühren sich unsere Oberkörper. Ich spüre ihn. Ja, will ihn spüren. Meine Brustwarzen stehen. Ich denke, er wird das merken. Doch es ist mir egal. Ich lächle über mich, denn das erste Mal in meinem Leben kommt mir der Gedanke, Lara, diesen Mann möchtest du heute Nacht in deinem Bett haben. Ich, Lara, denke darüber nach, einen Mann, den ich nicht kenne, mit mir nach Hause mitzunehmen. Lächelnd fällt mir ein, dass ich ja das Bett schon frisch bezogen habe. Und das ist ein Moment, in dem ich nur flüchten möchte. Höre ihn sprechen. Geh doch mal tanzen. Ich schaue gerne zu, wenn Frauen tanzen. Schaue ihn verdutzt an und antworte, aber selbst nicht tanzen und gesehen werden wollen. Dreckig lacht er und meint. Auf, mach doch mal. Das, was ich an Energie hier von ihm rüber bekomme. Puh, damit kann ich gerade nicht umgehen. Drehe mich von ihm weg. Wohin soll ich abhauen? Ach, da steht Daniel, der Ältere. Ja, ich gehe hin. Laufe die paar Meter zu ihm. Platziere mich lässig neben ihn und sage Hallo. Grinze ihn an. Er grinst zurück und sagt mit einer lässigen und doch so warm klingenden Stimme. Geh tanzen. Ich will dich tanzen sehen und dich dabei beobachten. Boah, nein. Ich wollte doch fliehen. Und was ist das hier? Haben die zwei sich abgesprochen? Ich glaube es nicht. Aus seinem Mund hört sich das ja noch provokanter an. Bin vollkommen verwirrt. Und ich? Tanzen? Vor ihm? Er will zusehen? Und hier spüre ich wirklich zwei Laras in mir. Die eine macht sich vor Schiss in die Hose. Und die andere, die wünscht sich nichts sehnlicher, als dass ich den Mut habe, genau das zu tun. Und sie möchte dabei gesehen werden. Doch das umzusetzen, ist ein Ziel, von dem ich nicht weiß, ob ich jetzt jemals erreichen werde. Was geht hier ab? Ich kann das nicht. Weiß gar nicht, was ich ihm antworten soll und gehe fluchtartig zurück zu dem Mann, der schon wartet. Hacke das, was ich gerade erlebt habe, ganz schnell ab. Wir erzählen weiter. Plötzlich kommen wir aus Alter zu sprechen und ich erfahre, dass er fünf Jahre jünger ist als ich. Im ersten Moment bin ich vollkommen schockiert. Hm, und jetzt? Damit habe ich gerade ein echtes Problem, was er nicht verstehen kann. Er provoziert mich. Sind die jüngeren Männer zu aktiv? Zu lebendig? Warum stehst du sonst auf Ältere? Leider finde ich keine Antwort für ihn. Oder doch? Ich erwidere, nun, wenn ich ehrlich bin, hat das bei mir wohl etwas mit dem Selbstbewusstsein zu tun. Hier bekomme ich natürlich ein Kompliment. Wenn du mir nicht gesagt hättest, dass du 22 Jahre in einer Beziehung gewesen bist, hätte ich dich unter 40 geschätzt. Ach, die Zeit vergeht wie im Flug. Ich weiß nicht, wie spät es schon ist. Plötzlich höre ich ihn in einem mir nicht gefallenen Tonfall sprechen. Du hast ja auch so ein Arschgeweih. Aha, denke ich. Sowas kann ich ja gar nicht ab. Abfälligkeit, Bewertung, Beurteilung, mir stellen sich alle Haare auf. Cool bleiben, Lara. Cool bleiben. Ich schaue ihn fragend an und er spricht weiter. Trägt doch fast jede. Du weißt sicher nicht mal, ob sie eine Bedeutung hat, oder? Lässig schaue ich ihn an und sage, doch, ich weiß es. Und die Tätowierung ist selbst geschaffen worden. Ein erstaunter Blick von ihm und ich grenze innerlich. Eins zu null für mich. Dann zeigt er mir seine Tätowierung. Eine ägyptische. Mein Körper verkrampft sich und ich vergesse zu atmen. In mir legt sich plötzlich ein Schalter um. Mein Rechner im Kopf beginnt wie üblich zu arbeiten. Gleichzeitig höre ich ihm weiter zu. Er erzählt von Ägypten und warum er diese Tätowierung hat. Meine Verwirrung ist mir wohl anzusehen, denn ich fange seinen erstaunten Blick auf. Puh. Er fragt. Was ist los mit dir? Habe ich was Falsches gesagt? Du schaust so erschreckt. Ich brauche einen Moment, um meinen Zustand wieder in den Griff zu bekommen. Ich denke, wie um Himmels Willen. Soll ich diesem Mann erklären, was sich gerade in meinem Kopf abspielt? Das ist doch für Mann nur spiritueller Humbug. Bisher rannte doch jeder weg, wenn er mich in meinem spirituellen Denken kennenlernte. Was tue ich bloß? Er sagt auf seine unverblümte Weise. Hey, was ist los? Komm, leg los. Zögernd antworte ich. Das kann ich dir nicht erklären. Mit seiner mir ebenbürtigen Speicherkapazität aber kommt sein Argument. Nun, du hast gesagt, du bist ein Mensch, der Wahrheit spricht. Dann tue es doch auch. Da erwischt er mich doch mit meinen eigenen Worten. Schlägt mich mit meinen eigenen Waffen. Ich bitte ihn, eine etwas ruhigere Ecke aufzusuchen. Laufe hinter ihm her und fühle mich wie auf dem Weg zum Schafott. Boah, bin ich nervös. Fühle mich wie eine arme Tropfin und denke, meine Träume für heute Nacht sind nun wohl ausgeträumt. Wir landen in einer ruhigen Ecke. Ich hole Tiefluft, mache meine Schultern gerade und lege los. Nun, um es kurz zu machen. Ich bin eine Träumerin, was heißt, ich arbeite mit meinen Träumen. Heute Nacht habe ich geträumt, dass ich heute einen Mann kennenlernen werde. Ich bin aber auch eine Kartenlegerin und meine Traumkarten sagten mir, dass es eine Überraschung am Abend geben wird, weil ich einem Mann begegnen werde. Zusätzlich zu all dem habe ich eine feinfühlige, hellsichtige Beraterin, welche mir vor drei Monaten sagte, dass ich einem jüngeren Mann begegnen werde, welcher gut aussehen würde, den ich körperlich anziehend finden würde und zu dem ich vom ersten Augenblick an Vertrauen hätte. Durch Ägypten würde ich ihn erkennen. Doch ich verriet ihm nicht, dass sie mir auch sagte, dass wir uns verlieben werden, wir uns dagegen wehren werden, wir uns öfter treffen werden, dass er ein bodenständiger Mann ist, der seine Spiritualität in sich trägt, aber noch nicht lebt und dass wir ein gemeinsames Leben in Ägypten hatten. Er sei ein Mann, der noch schwer um eine andere Frau trauern würde. Außerdem hätte seine Seele für mich eine Wächter- und Schutzfunktion übernommen. Puh, es ist gesagt, was gesagt werden musste. Er schaut mich verdattert an und meint erstaunt, Eigentlich wären wir heute Abend gar nicht hier. Wir waren vorher noch in zwei anderen Läden, der eine war leer und der andere, da war die Musik scheiße. So landeten wir dann hier. Doch es gefiel uns nicht so wirklich und wir haben jetzt schon überlegt, nach der Zigarette zu gehen. Doch da lachte deine Freundin mit uns und wir beschlossen einfach nochmal reinzuschauen. Ich schaue ihn an und ohne zu überlegen, küsse ich ihn. Puh, was für ein Kuss. Der darf nicht aufhören. Stolz auf mich, weil ich so mutig war, denke ich, das hat sich doch wirklich gelohnt, mal nicht nachzudenken, sondern zu handeln. Aber was geschieht hier gerade mit mir? Wir lösen uns voneinander und er fragt. Was denkst du? Mit allem habe ich gerechnet, nur damit nicht. Sprachlos stehe ich da. Doch er lässt nicht locker, hackt nach. Schwer kommen mir die Worte über die Lippen, als ich ihm antworte. Du bist ein Mann, der zeitlich küssen kann. Es war wunderschön und hat mich berührt. Es ruft nach mehr. Hilfe, was tue ich hier? Bin das wirklich ich, die solche Worte spricht? Mit ernstem Gesichtsausdruck meint er. Es ist dir schwer gefallen, mir dies zu sagen. Doch ich habe es hier gespürt. Und er legt seine Hand auf mein Herz. Dann dreht er sich um und entfernt sich ein paar Schritte von mir. Ich überlege und sage, normalerweise küsse ich nicht einfach fremde Männer. Bevor er etwas erwidern kann, spreche ich weiter. Wahrscheinlich sagen das alle Frauen, aber so ist es wirklich. Wenn du bereit bist zu hören, warum, sage ich es dir. Er dreht sich wieder in meine Richtung. Ja, sag es mir. Ich wiederhole. Bist du dir sicher, dass du meine Erklärung hören willst? Ja, bin ich. Was mache ich hier eigentlich? Lara, sei still. Sprich nicht aus, was in deinem Kopf rumspukt. Doch die Worte finden ihren Weg. Ich küsse normalerweise keine fremden Männer, da ich seit Jahren mein Thema sexuellen Missbrauch in der Kindheit aufarbeite. Warum habe ich das gesagt? Was hat das Thema hier zu suchen? Warum erwähne ich es? Es ist Vergangenheit verdammt. Kann die Worte nicht zurücknehmen. Wie wird er damit umgehen? Ganz in meinen Gedanken bekomme ich leider seine Antwort nicht mit und traue mich auch nicht nachzuhaken. Er meint dann nur, Ich brauche jetzt eine Zigarette. Komm, lass uns nach draußen gehen. Äußerst dankbar für diesen Vorschlag folge ich ihm. Gemütlich setzen wir uns an einen Tisch und beginnen zu erzählen. Zwischendurch lege ich wie selbstverständlich meine Hand auf sein Knie. In mir nur ein Gedanke. Die Zeit soll stillstehen. Ich möchte diesen Zustand ewig genießen können. Ich spüre, dass zu dem Gedanken, ihn in mein Bett mitnehmen zu wollen, noch viel mehr dazugekommen ist. Seine Nähe ist so angenehm. Ich fühle mich mit ihm einfach nur unendlich wohl. Aber ich kann doch nicht einfach sagen, Willst du die Nacht mit mir verbringen? Meine Gedanken werden durch das Erscheinen von Daniel unterbrochen. Wir reden über alles Mögliche und sind einfach nur gut drauf. Daniel und ich verstehen uns auf Anhieb. Auch zu ihm fühle ich sofort Vertrauen. Seine begeisternde Art zu reden steckt an. Er plant mir schon in gemeinsame Unternehmungen ein. Nach einer Weile geht er wieder tanzen. Und der Mann, den ich mir heute in mein Bett wünsche, fragt mich plötzlich ganz ernst. Mal was ganz anderes. Wie heißt du eigentlich mit vollständigem Namen? Ich beantworte seine Frage und hänge ein Warum daran. Nun, ich finde dich, wenn ich dich suchen möchte. Grinsend teile ich ihm mit, das kannst du einfacher haben. Ich sagte dir doch, dass ich träumte, ich werde einem Mann begegnen. Und so habe ich eine einzige Visitenkarte von mir eingesteckt. Ich lange in meine Hosentasche, ziehe die Visitenkarte heraus und gebe sie ihm. Innerlich amüsiere ich mich, weil ich spüre, dass er nun doch zunehmend verwirrt scheint. Er schaut mich kopfschüttelnd an. Also das verwirrt mich alles ein bisschen. Von welchem Planeten kommst du eigentlich? Er dreht die Visitenkarte in seiner Hand um. Ich erkenne, dass ich aus Versehen einer meiner Alten erwischt habe, auf denen Zitate auf der Rückseite verzeichnet sind. Während er seine Augenbrauen fragend nach oben zieht, liest er vor. Umarme deine Verwirrung. Du musst nicht alles verstehen. Ich versuche wirklich ernsthaft zu bleiben, während ich innerlich grinsend denke, der Armel, das wird wohl langsam etwas zu viel für ihn. Für mich ist das ja alles nichts Neues. Wie immer passt einfach alles zusammen. Ich schmunzle. Sein Gesicht ist sehr nachdenklich. Und dann höre ich, Okay, es ist drei Uhr früh. Du hast genug getrunken und weißt noch, wer ich bin. Möchtest du dich nächste Woche mit mir treffen? Und wann kannst du? Meine Antwort ist kurz. Ab jetzt. Er überhört dies und wir verabreden uns für den kommenden Nachmittag. Er fragt nach meiner Adresse. Ich nenne ihm meine Straße. Er unterbricht mich. Jetzt sagt mir nur noch, dass du die Hausnummer drei hast. Ja, warum? Ich wohne auch in einer drei. Stille entsteht. Er spricht weiter. Lass uns reingehen. Es reicht, glaube ich, für heute. In mir ein ziemliches Durcheinander, denn der Wunsch, ihn bei mir zu behalten, hat sich gesteigert. Ich schaue auf die Uhr. Die Zeit rennt davon und immer noch keine Lösung in Sicht. Es ist kalt. Wir gehen rein. Caroline, Eva und Daniel kommen uns entgegen. Caroline will nach Hause und ich bin unsere Fahrerin. Panik steigt in mir auf. Der Abend ist zu Ende und ich soll alleine nach Hause fahren. Ich verstehe nicht, was in mir vorgeht. Ich dränge mich in seine Nähe. Will ihn fühlen, spüren und nicht gehen lassen. Finde keine Lösung. Ich lege meine Arme auf seine Unterarme, schaue ihn an, sage, will nicht heim, will da bleiben. Doch wir tauschen nur Telefonnummern aus für den nächsten Tag. und mein Kopf rattert und rattert. Was tun? Habe ich nicht schon genug Initiative gezeigt? Mehr darf von mir nicht kommen. Plötzlich fragt er mich, Sag mal, wie lange brauchst du, bis du zu Hause bist? 25 Minuten. Warum? Nun, ich brauche 25 Minuten, um Daniel heimzufahren und 20 Minuten zu dir. Das ist die Lösung. Mein Herz geht auf, als ich lächelnd sage, Nun, dann probiere aus, ob die Fahrzeiten stimmen. Ich glaube nicht, was da aus meinem Mund kommt, aber ich fühle mich einfach nur wohl und mein Herz beginnt zu springen. Der Blick, der mich trifft, ist nicht zu beschreiben. Fragend sagt er, Meinst du das ernst? Ja. Seine Augen werden groß. Bist du dir im Klaren, worauf du dich da einlässt? Ja. Bist du dir über die Konsequenzen im Klaren? Ja. Meine Antworten wohl nicht begreifend, meint er. Weißt du, wie viel Uhr es eigentlich ist? Und da muss ich doch wirklich richtig lachen. Er strahlt. Ich strahle. Meine Antwort kommt wie immer klar. Ja, ich weiß. Ich möchte ihn küssen. So süß sieht er aus. Alle zusammen laufen wir zu unseren Autos. Wir zwei schauen uns an und wissen, dass wir uns gleich wiedersehen werden. Im Auto erzähle ich Karolin, dass er noch zu mir kommen wird und sie meint lächelnd, er ist ein toller Mann. Ich freue mich für dich. Genieße die Zeit. Ich freue mich für dich. Vielen Dank.